Warte, ich da ja noch eine Kriege kann, ich bräuch mal hier ein bisschen bekannt Wie möglich ist hier der Oax erstmaligen schnell auf dem Blick Und mir Futter Schnell Kann ich die auffressen? Lagerungsgeräte Ah, jetzt kommen sie Ah, zu spät, Leute Jetzt wird gekämpft Ah, eine neue Hoffnung Das Katapult kommt So könnt ihr mal Wir haben auf euch gewartet, Drogenschützen Ihr feind, ihr kriegt an Ich bin da noch zu fressen Komm Wir haben ein Gebärztteil freigelassen So Hier lebt noch alle Nicht hier ein paar Aufrüsten Hoch mit euch, ihr Magen Angriff Aufrüsten Aufrüsten Wir haben auf euch gewartet, Drogenschützen Aufrüsten Aufrüsten So, mit dem wir zusammengekommen Ah, schließt die Katapult auf meinen eigenen Truppen Komm Fress ein Ohr Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Fressen magst du? So, und erstmal alle aufrusten Wir haben auf euch gewartet! Wir haben auf euch gewartet! Und weiterlaufen bitte! Alles gleichzeitig! Ausrusten, weiterlaufen soll da tun! So So Hier lang Die Wurde macht mal kaputt. Die Wurde macht mal kaputt. Das ist tatsächlich schon hier vor. Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Halt, Halt, Halt! Halt, Halt, Halt! Halt, Halt, Halt! Halt, 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 Halt! Ich war, ich mach der Halt, Halt! Ich hab auch noch ein Zauber! Halt, 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 Halt! Die Katapulte, das sind... Das sind... Demonsten wir meine eigenen Leute machen das... Find ich unbekannt, Halt, 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 Halt! Nein! Spannt eure Böden! Verwegeleicht! Jetzt zusammen! Im Voraus! Kunturzeit! Macht! Genau! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Tritt ihr nicht mehr alle jetzt dahin kommen? Wartet! Beziehungsweise hier... Macht euch kampfgereicht! Das können sie nicht so schnell... Aber vorne ist eigentlich... Warum das her? So... 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 Da kommen die Trolle jetzt noch alle Länge. Da hab ich auch ne Rücken gebraucht und angekündigt. Stamm zurück. So hier, hallo. Ich lege gerne ganz viele Orks, wenn ich nicht ganz viele. Punkt schützen gerne. Und hier lege ich noch gerne ganz viele. Habt ihr. Lasst euch töten. So. Die sind einfach da drin in der Trope. Jetzt gehen wir da nicht gebaut. Kann. Magia ausleveln. Oh, ich bin jetzt überlegen. Eine neue Horde. Eine neue Horde. Und eure Böden. Seht sie das? Ist hier? Hier. Hier. Ja. Hopp. Lauf. Hey, dass sie sich da mal in den Fuß packen. Und durch den Stern mitten. Da könnte man ja das Kotzen kriegen. Das sind alle da mal hin. Schauen wir das alle da mal hin. Wir haben einen Geperltrein. Das ist da eine. Die sind total begloppt. Du suchst jetzt mal einen Ork und du suchst jetzt mal einen Ork. Nicht immer prügeln, die Orks fressen. Hallo? Hä? Auf die fressen? Schrecklich. So, der ist geheilt, der ist geheilt. Dann. So, hier sind die Katapulte. Und die nicht nach vorne. Leveln und in der Zeitung rumlaufen. Bäume krellen. Ach, ne, schief. Ich gehe einfach mit den Katapulten auf. Folgen schiefen. Ich finde es scharf. Ich finde es scharf. Ich finde es scharf. Ich finde es schiefen. Wir haben einen Gepirgstroll freigelassen. So, Katapulte. So. Jetzt haben wir die volle Truppenstärke erreicht. Wurde auch mal Zeit. So. Oh Gott. Ich glaube die meisten sterben hier gerade durch meinen Katapulten schoss. Äääääh. Wir könnten hier mal die ganzen Leute töten. So, Katapulte immer auf die Gebäude. So wie vorhin. Wir hatten nicht... Gruppen, hallo, und Gebäude einreißen. Das ist wie dieses Scheißweier. Hä, wir fahren am... Wasser. Äh, zusammen und... Wir haben ein Zuhörental. Wogenschütze nach hinten! So hoch. Hoch mit euch, ihr Magen! So, bevor ich hörte, würdet ihr irgendwo hinschießen? Auf die Gebäude schießen, bitte? Ja, voll. Pack dich da fest. Mach euch Kampfbereit! Ausgleich! Wie Katapultorin! Wie Katapultorin! Kommunikier Katapultorin? Mutita mich? Wollen wir Mutita noch töten? Oh, okay. Wie sage dazu? Die Katapultorin! Scheiße! Oh, auf! Habt ihr das gesehen? Ja. Ja. Ich hoffe, dass sie gleich verkauft sind. Ich glaube, ich opfere die auf jeden Fall. Bringts ja so nicht. Hab ich euch nie gesagt, dass ihr die angreifen sollt? Bleib Wasser! Erledigt sie! Sie sind wirklich tot! Oh Gott! Verschmettert sie! Seid tot quasi! So, mal gucken, ob die das schon anwerfen können. Zeigen wir sie! Ja, wir haben's! Bleib Wasser! Zack! Das war der Kugel! Ja, das können wir auch nochmal... Das wird auch noch mal... ... zur Noten patrolle vielleicht bauen. Ach nee, vielleicht nur... ... hat sich eine Probe gebaut. Ich glaube, ich hab hier noch eine Probe gebaut. Ich glaube, ich hab hier noch eine Probe gebaut. Ich bin jetzt aber glaube ich am wichtigsten. Ich bin jetzt hier noch noch mal ein Gebirgstroll frei gelassen. Ein Gebirgstroll freigelassen. Ich bin jetzt hier noch ein Gebirgstroll. Die machen mal was sinnvolles da oben jetzt. Geil. Jetzt noch mal dunkel, damit wir noch mal einen Bonus kriegen. Hier noch mal Bäume fällen. Und du nimmst ihn mal mit dem Stein. Kommt. Er fängt halt an. Ach komm. Ach he. Das sind auch noch welche. Das ist schon gut. Du konntest mal noch schnell was essen. So schaffst du es auch noch schnell was zu essen. So. Das Ding ist auch weg. Verfugt. Seid hier oben dran drum. Bogen schätzen. Bogen schätzen. Bogen schätzen. Bogen schätzen. Bogen schätzen. Bogen schätzen. So. Seid ihr bereit? Oh. Ich habe auch angekommen. Wusste ich viele. Wann schon viele. Aufpassen. Dein Wachsamen. Dose haben. Zerstört ihn noch. Ausgebildete. auch noch welche die nicht gelevelt sind die dunkelheit gewonnen sage ich dazu gehören olifant den ich nicht mehr habe dann baue ich über tolle stellen von der soviel sinnvoller so unsere kampfstatistik wieder mal 98.922 20 20 punkte 2000 durch wohnungsziele eine veteranen haben auch keine veteranen einheiten 20.000 das ist normal von 2000 ein sieg gesamt mit siegel gesamt plura 122.920 punkte in südüthilien und haben zwei spezial fähigkeiten bekommen ich wollte sagen aber alle alle gebürzt rolle sind noch level 1 schade schade die zerstörung mittelerde ist darin fähigkeit spezial fähigkeit ist wichtiger als roßstoffe heimat der erben der truch sese gondors ihre ahnen kannten nur den frieden nun werden so wenn sie nur frieden können dann kommen wir machen sie mal platt diese feiglinge wagen es nicht sich uns im offenen kampf zu stellen macht das ist eine festung keine lage der wunderschöne wunderschön auf jeden fall aber jetzt machen alle trolle 3 und ich muss so ein bisschen schützen und das lager hierher soll ich halt noch nichts und schlachthof ist das wichtigste so worauf wartet ihr noch alle an die flanken die frauen um noch da achten bogen schützen so hierher bleibt wachsam ein paar orks ja schlachten und sind schon rohstoffe wir haben die auch grube ausgerufen ja gut die die ich gehe jetzt noch ein bisschen kunden und mit euch erkunden so 1 sind die trolle 3 ist recht ich finde das ist eine gute Rute irgendwo hier links laufen sie hoch ja toll, stecken nicht die feigen Hunde durch die Tür aufpassen durch die Tür so, hier sind sie da kommen sie ja schon Pfeile bereit machen ist das der Feind? Pfeile bereit machen oh nein ja, wir können hier ragen das ist klar schickt ihnen einen Pfeilhagel ha ha ähm dann seid ihr nicht mit den 2 noch einer kommt nach oben schnell speziell genau dann lasst mich euch auch nicht warten wir feilen und was wir viele komm ich bin alle leer sind die gekurpt? bin ich gekurpt? bin ich gekurpt? das ist meine tolle zurück bin ich gekurpt? das ist meine tolle zurück bin ich dass die jetzt schon sterben ich äh ich äh habe jetzt schon alle gucken verloren geil gleich noch eine orc mit dem haha warum mehr orcs bleib Wasser und die trolle hoffen sie hoffen sie hoffen sie es gar nicht wie sie nicht glaube gerade ich muss das riskieren ich muss zum Teil noch einen ja aber rennen genau so ist gut oh ja toll der steckt auf und stirbt oh hoffen sie hoffen sie hoffen sie hoffen sie hoffen stadt zu nieder schnell hier ist noch einer zack zack hier da und schnell zurück bevor die nächsten kommen ox fressen fress 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 euch satt fress euch satt und denn der natürliche level aufgestiegen ist gestorben alle erstmal wieder rein ich brauche mehr orcs äh orc mhm die fandenkriege für die ich will belagungskräfte bau ja auch nicht mehr die tut mir mehr von mir als von den feinden wo da sind sie schon wieder scheiß punkt schützen fressen ok nochmal fressen fressen fressen